Heute hat zum ersten Mal der Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags zum Desaster der zweiten Stammstrecke Zeugen angehört. Und zwar zwei Personen. Zum einen einen Vertreter der Firma, der die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung berechnet hat für die zweite Stammstrecke. Die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist wichtig, denn wenn der Bund und der Freistaat Geld geben sollen, dann muss der Nutzen höher sein als die Kosten. Und in der Tat haben sich die Kosten mehrmals verdoppelt und wundersamerweise haben sich auch der Nutzen verdoppelt in der Berechnung. Wie aber der Nutzen sich plötzlich verdoppeln konnte beim selben Projekt, das konnte mir auch heute nicht beantwortet werden, was mich ziemlich entsetzt. Und entsetzlich fand ich auch den Auftritt oder einige Aussagen des zweiten Zeugen des Leiters des Bau-Controllings für dieses Projekt zweite Stammstrecke. Da hat sich herausgestellt, dass das Bau-Controlling zwar gehört hat von der Deutschen Bahn, dass keine neuen Zahlen kommen, dass es wahrscheinlich teurer wird, dass es länger dauert, aber keine belastbaren Zahlen bekommen. Aber Druck zu machen, Alternativen zu prüfen, aktiv nachzufassen, Sanktionen zu überlegen, auf die ist anscheinend keiner gekommen. Ganz im Gegenteil, die Staatskanzlei hat sogar verlangt, dilatorisch, also zeitverzögernd damit umzugehen. Vielleicht, weil der Ministerpräsident Söder das Projekt und diese Nachrichten nicht gebrauchen konnte. Das waren die ersten zwei Zeugen. Wir sind gespannt auf die nächsten 33 und wie es weitergeht. Der erste Eindruck ist eigentlich schon mal ziemlich erschütternd.